Gerade erst da, aber schon wieder weg. Seit nicht mal einer Woche trägt John Anthony Brooks wieder das Trikot von Hertha BSC, aber nach einer Trainingsverletzung am gestrigen Montag wird er dem Verein wohl mehrere Wochen fehlen. Erste Untersuchungen sollen ergeben haben, dass bei ihm mehrere Bänder im rechten Knöchel beschädigt sind und auch die Gelenkkapseln betroffen sein sollen. Immerhin konnten die Ärzte ausschließen, dass es Verletzungen am Knochen gibt. Eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen werden momentan prognostiziert. Weitere Untersuchungen sollen aber noch mehr Klarheit in die Sache bringen.